Ich bin sehr, sehr froh, gibt es Reflekt, die immer wieder mit sorgfältigen und fundierten Recherchen Missstände aufdecken. Und das ist wichtiger denn je. Darum unterstütze auch du investigativen Qualitätsjournalismus. Merci. Ich unterstütze Reflekt, weil ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, unabhängigen, transparenten und fairen Journalismus zu haben. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo alles wahnsinnig aufgeregt ist, ist es gut, wenn jemand sachlich und faktenorientiert berichtet. Genau das macht Reflekt. Darum unterstütze ich sie und ihr hoffentlich auch. Werdet gönnen. Ich bin Mareike und Journalistin geworden bin ich, weil ich bemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht mit den Machtverhältnissen, in denen wir leben. Denn Macht ist ungleich verteilt. Und genau dahin schaut investigativer Journalismus. Prüft Fakten, deckt auf, recherchiert. Das alles kostet Zeit und Zeit kostet Geld. Und genau dafür braucht Reflekt dein Geld. Und das ist sicher, wie... Untertitelung des ZDF, 2020